Die heutige Übung kennt ihr alle aus unseren AGs, wir fangen erst mal leicht an, wir legen uns den Ball in den Nacken, lassen ihn einfach fallen und fangen ihn hinterm Rücken auf. Das machen wir jetzt 5 mal, 3, 4 und 5, für die es zu einfach war, die probieren das jetzt mal mit Werfen, das heißt wir werfen den Ball und fangen ihn damit hinterm Rücken auf. Das machen wir auch 5 mal, wenn das zu schwer ist, dann macht einfach weiter mit den Nacken Fünf Stück, los geht's, 1, 2, 3, wir können es auch noch mal ein bisschen höher werfen, wenn es zu einfach wird und 5. Gut, viel Spaß bei der Übung, bis zum nächsten Mal.